Leute, geht's nur mir so, dafür geht die Zeit für euch auch gerade wie im Flug. Mir kommt es wie gestern vor, als wir noch spekuliert haben, was uns der Oktober bringen wird. Und jetzt ist es schon fast wieder vorbei. Die Erwartungen waren groß und wenn wir jetzt mal so zurückblicken, lief es ja auch gar nicht mal so schlecht. Von Anfangs ca. 61k konnten wir uns mühsam bis zur 69.000 Dollar Marke kämpfen. Wir bewegen uns also seit geraumer Zeit wieder sehr nah am Allzeithoch des letzten Zyklus. Tja, diese Marke und vor allem auch das Allzeithoch von Anfang des Jahres bei ca. 74k scheinen aber echt ein harter Brocken zu sein. Woran das liegt, ist ja aber eigentlich ziemlich offensichtlich. Immer wenn wir uns kurz vorm Ausbruch aus unserer zähen Seitwärtsphase befinden, kommt irgendein neuer Pfad von Regierungen oder Zentralbanken. Man spürt förmig, dass das, was die EZB in ihrem neuesten Anti-Bitcoin-Papier durchblicken hat, lassen in der Luft schwebt. Tja, sie haben anscheinend wirklich panische Angst davor, dass Bitcoin weiter steigt und immer mehr Leute und Unternehmen es als bessere Alternative zu ihren Schrottanleihen erkennen. Ich meine, auch wenn wir es bis jetzt noch nicht geschafft haben, nachhaltig aus der Range auszubrechen, in der wir jetzt schon seit über sieben Monaten rumdümpeln, ist es doch schon erstaunlich, dass wir trotz den ganzen verbalen Angriffen auf Bitcoin immer noch da stehen, wo wir stehen, oder? Stell dich mal vor, was noch vor ein paar Jahren los gewesen wäre, wenn die FED und die EZB fast gleichzeitig Papiere veröffentlicht hätten, mit denen aktiv gefordert wird, dass die Regierungen versuchen sollen, das Wachstum von Bitcoin zu beenden, es zu verbieten oder massiv zu besteuern. Und stell dich vor, dann wären noch Länder wie Italien oder Dänemark vorgeprescht und hätten Steuern von bis zu 42% in den Raum gestellt. Ich denke, dass sowas vor nicht allzu langer Zeit noch zu heftigen Abstürzen geführt hätte. Alles, was jetzt aber kommt, nachdem innerhalb von einer Woche genau das Schlag auf Schlag passiert ist, ist eine wirklich sehr kleine Korrektur, die ein paar Tage später auch schon wieder aufgekauft ist. Und jetzt bewegen wir uns schon wieder eiskalt auf ein neues Allzeithoch zu. Tja, liebe Zentralbanker, so leicht ist es anscheinend nicht mehr. Die Zeiten, in denen dann Jamie Dimon Bitcoin als Betrug bezeichnet und wir daraufhin 20% abstürzen, sind ganz offensichtlich vorbei. Die Anleger beweisen in meinen Augen gerade echte Diamant-Hände und es sieht so aus, als könnte das im Moment kein Pfad der Welt ändern. Beweisstück A ist die Performance der ETFs. Die sorgen nämlich zurzeit hauptsächlich dafür, dass jeder kleine Dip sofort wieder aufgekauft wird. Allein am Freitag konnten alle Funds zusammen Zuflüsse von über 6.000 Bitcoin verbuchen. Im Moment kein Einzelfall. Denn wie man hier sehen kann, gab es in den letzten zwei Wochen nur einen Tag mit Abflüssen. Und unterm Strich stehen für diesen Zeitraum seit dem 14. Oktober, also für die zweite Hälfte des Monats bis jetzt Zuflüsse von insgesamt 46.600 BTC beziehungsweise über 3,2 Milliarden Dollar. Tja, das ist mal eine Hausnummer, oder? Vor allem institutionelle Anleger scheinen sich also wenig bis gar nicht für die Eskapaden der Zentralbanken und Regierungen zu interessieren. Bitcoin wird immer interessanter und dass die alte Finanzelite durch die Blume zugibt, dass ihnen gehörig die Knie schlottern, weil niemand mehr ihre Schulden kaufen will, scheint das Ganze nur noch weiter zu befeuern. Tja, dieser Schuss ging also, wie es aussieht, ordentlich nach hinten los. Während die FED und die EZB versuchen, das Ganze unattraktiver zu machen, wird der Bitcoin-Hunger von börsennotierten Unternehmen immer größer. So hat zum Beispiel die Firma Metaplanet, die schon als das Micro-Strategy Japans bezeichnet wird, gerade wieder 66 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, um weitere BTC zu akkumulieren. Und wenn man sich die Performance der Aktie anschaut, seitdem sie ihre Bitcoin-Strategie fahren, kann einem echt schwindelig werden. Die ist seitdem nämlich ordentlich durch die Decke gegangen. Am 1.1. dieses Jahr stand der Kurs noch bei ungefähr 120 Dollar und heute bei 1150. Sie konnte also nur im Jahr 2024 bis jetzt satte 850 Prozent zulegen. Na, wenn das nicht mal Beweis genug dafür ist, dass es für ein Unternehmen durchaus sinnvoll ist, Bitcoin ihre Strategie aufzunehmen, oder? Ich meine, bei Micro-Strategy, dem amerikanischen Original, sieht es ja noch krasser aus. Die kaufen nämlich schon seit August 2020 Bitcoin und seitdem ging es mit der Aktie um unglaubliche 1460 Prozent nach oben. Richtig spannend wird es zu sehen, was mit diesen Unternehmen passiert, wenn Bitcoin jetzt in den nächsten Bullrun übergeht und die 100.000-Dollar-Marke knackt. Und vor allem, ob das dann dazu führen wird, dass auch andere wirklich große Unternehmen wie Apple, Microsoft oder NVIDIA den Braten riechen und das Ganze zumindest mit einem kleinen Teil ihrer Barreserven kopieren. Erste Anzeichen dafür gibt es ja schon, und zwar bei Microsoft. Dort haben die Aktionäre nämlich so viel Druck gemacht, dass es am 10. Dezember zu einer Abstimmung kommt, bei der entschieden wird, ob das Unternehmen anstatt Staatsanleihen oder zumindest als Beimischung aktiv damit beginnen soll, Bitcoin zu akkumulieren. Wie diese Abstimmung ausgehen wird, steht in den Sternen. Die Unternehmensführung ist dann jetzt noch dagegen und rät den Aktionären, gegen den Vorschlag zu stimmen. Aber wer weiß, bis dahin ist ja noch etwas Zeit und es kann sich noch einiges tun. Vor Dezember kommt ja bekanntlich noch der November und ich sag's euch, der wird's auf jeden Fall in sich haben. Denn da stehen so einige richtig interessante Termine an. Unter anderem direkt am 5. November die US-Präsidentschaftswahl. Wie die, die mir schon länger folgen, ja wissen, denke ich nicht, dass diese Show langfristig eben deinen Einfluss auf die weitere Kursentwicklung haben wird. In meinen Augen wird Bitcoin so oder so das tun, was er immer tut und auch in diesem Zyklus noch einen spektakulären Bullrun hinlegen. Kurzfristig könnte es aber durchaus einen Einfluss haben. Und zwar darauf, ob wir es vielleicht noch in diesem Jahr schaffen könnten, sechsstellige Kurse zu erreichen. Falls Harris gewinnt, rechne ich, anders als viele andere, nicht mit einem signifikanten Rückgang, sondern ich denke, dass dann erstmal nicht viel passiert. Oder vielleicht höchstens ein kleiner Dip, der genau wie die letzten schnell wieder aufgekauft wird. Wenn Trump aber gewinnt, könnte das, wie ich glaube, einen sofortigen bullischen Ausschlag zur Folge haben. Und die Chancen, dass es passiert, stehen gerade ziemlich gut. Naja, zumindest wenn man auf die Buchmacher hört. Die schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, nachdem letzten Monat Harris die Nasen noch leicht vorne hatte, mittlerweile nämlich auf über 60% ein. Tendenz steigend. Es sieht also so aus, als könnte der November uns direkt am Anfang schon einen starken bullischen Impuls liefern. Aber warten wir es ab. Wie es dann wirklich kommt, werden wir in einer Woche sehen. Auf jeden Fall wird die Wahl nicht das einzige Ereignis sein, das nächsten Monat bei den Amis richtig spannend wird. Kurz darauf am 7. steht nämlich das nächste FED-Meeting an, bei dem über eine weitere mögliche Zinssenkung entschieden wird. Tja, und laut dem FED-Watch-Tool der CME Group liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es einen weiteren Schritt um 25 Basispunkte nach unten gehen wird, mittlerweile bei fast 97%. Und wenn wir auf den 18. Dezember, also auf die übernächste Zinsentscheidung gehen, schätzen die Analysten auch hier die Wahrscheinlichkeit für noch eine Senkung jetzt schon auf 73% ein. Es sieht also stark danach aus, als ob es noch in diesem Jahr zweimal um insgesamt 0,5% nach unten geht, was für Bitcoin natürlich mehr als bullisch wäre. Die wichtigsten Zentralbanken der Welt, ob in den USA, in China und auch in Europa, senken gerade in rasantem Tempo die Zinsen. Die Staatsschulden der Amis explodieren immer weiter, die Gelddrucker laufen auf Hochtouren und Bitcoin wird immer knapper. Allein die ETFs akkumulieren zurzeit im Schnitt 10 mal so viel BTC wie täglich durch das Mining auf den Markt kommen. Und wie man hier in Grün sehen kann, wird das Angebot, das noch auf Börsen verfügbar ist, auch immer geringer. Allein in den letzten Monaten sind von den 20 wichtigsten Börsen insgesamt über 37.300 Coins abgezogen worden. Und dieser Trend setzt sich ungebremst fort. Während die Fiat-Geldmenge steigt und steigt, wird Bitcoin immer knapper. Die Nachfrage explodiert durch die ETFs und immer mehr Institutionen, die MicroStrategy kopieren und auch das Netzwerk wächst gerade rasend schnell. Wie man auf diesem Chart sehen kann, hat die Hashrate, also die Energie, die insgesamt ins Mining fließt, vor kurzem ein absolutes Allzeithoch erreicht. Die Kurve geht zurzeit 90 Grad nach oben. Also auch die Miner sind sehr optimistisch, dass es bald wieder bedeutend höhere Preise geben wird und schrauben ihre Rechenleistung massiv hoch. Wenn ihr mich fragt, stehen zurzeit also wirklich alle Zeichen auf grün. Der November wird in meinen Augen richtig wild. Und die Chancen, dass wir schon sehr bald endgültig aus unserer Seitwärtsphase ausbrechen und ein neues Allzeithoch erreichen, stehen gerade so gut wie nie zuvor. Aber naja, wir werden sehen, wie es kommt. Und eines steht auf jeden Fall fest, die letzten Wochen, die uns 2024 noch bleiben, werden auf gar keinen Fall langweilig. Ich hoffe, ihr seid angeschnallt und bereit für das, was schon sehr bald auf uns zukommt. Ich bin's auf jeden Fall und ich freue mich schon richtig drauf, gemeinsam mit euch durch diese spannende Zeit zu gehen. Eben genau wie wir durch die letzten sieben Monate gegangen sind, in denen unsere Geduld echt auf eine harte Probe gestellt wurde. Jetzt wird es aber endlich mal Zeit, dass unsere Hartnäckigkeit belohnt wird und wir müssen eigentlich nur das tun, was wir immer tun. Zurücklehnen, die Show genießen und vor allem weiter fleißig Satoshis stapeln. Wenn das Video gefallen hat und du auch in Zukunft solche Analysen und viele weitere spannende Hintergründe zu Bitcoin sehen willst, dann solltest du jetzt noch schnell den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, dass du nichts mehr verpasst und vor allem beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns. BBV-2. Vielen Dank.